Möchten Sie das Highlight auf dem nächsten Weihnachtsmarkt sein? Wollen Sie für ordentlich Stimmung sorgen bei Spaziergängen im Winter? Ja, liebe Zuschauer, dann brauchen Sie eine ganz besondere Mütze, die nicht nur Ihre Öhrchen wärmt, nein, die auch richtig stylisch aussieht und für ordentlich Aufregung sorgt. Und genau solche Mützen möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Wir können Ihnen Lacher, positive Lacher garantieren und versprechen, weil diese Weihnachtsmützen, die haben es wirklich in sich. Und es ist soweit, wir dürfen Sie Premiere dieses Jahr vorstellen. Und liebe Zuschauer, Sie dürfen zugreifen. Wir bitten Sie gleich schnell zu sein, denn die sind so begehrt, dass sie ratzfatz ausverkauft sind. Und wir haben das erste Modell bereits angezogen. Und wie gefällt es Ihnen? Also ich finde, Kathi, Sie sehen gut aus. Ich finde auch. Das ist so im ersten Moment so eine klassische Weihnachtsmütze. Und man denkt so, ja, sieht so aus wie das Mützchen, was man so kennt. Mit diesem Flausch ringsherum und dann so süßrot. Und hier ist der kleine Bommel dran. Aber die hat es in sich, weil oft ist man ja draußen unterwegs, dann auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und da möchte man ja doch schon ein bisschen auffallen. Drei, zwei, eins. Los! Schaut mal, die blinkt nämlich, die hat den blinkenden Bommel dran und die glitzert dann so schön. Und damit fällt man auf jeden Fall auf. Die ist supergoldig mit diesem leuchtenden, blinkenden Bommel. Also ein richtiges Highlight für den Weihnachtsmarktbesuch. Und da behält man sich auch immer toll im Auge. Ja, das stimmt. Weil man immer den blinkenden Bommel verfolgen kann. Immer da, wo die Bommel blinken, bitte alle zusammenbleiben. Da, wo die Bommel blinken, bitte. Drei Euro, 71, liebe Zuschauer, für blinkende Bommel, so viele Sie wollen. Mit der NC 8952 und der 569. Wir empfehlen Ihnen gleich mehrere zu bestellen. Statten Sie einmal die komplette Familie aus. Und ja, Sie werden auf jeden Fall immer die Kleinen, die Kinder, die Enkelchen überall finden. Mit diesem blinkenden Bommel für 3,71 Euro darf man zugreifen. Aber, Moment. Wir haben noch ein zweites Modell. Und liebe Zuschauer, das hat mich wirklich umgehauen. Denn das sorgt, wie gesagt, für Stimmung und für Lacher. Und ich würde sagen, wir tauschen jetzt einfach mal kurz. Ja. Und legen los, Kathi. Ja, denn das ist eine Mütze. Die ist der Wahnsinn. Die tanzt und swingt hier und zwar von ganz alleine auf dem Kopf. Und sehen Sie, wie hier der Bommel schnackelt, ja, wenn die hier loslegt. Das ist, gucken Sie mal. Oh, jetzt steht er bei mir. Ja, das ist natürlich auch ein Highlight, wenn er so schön steht. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist so was Geiles, so was Lustiges schon mal gesehen. Ich finde das so cool. Und warten Sie auf das Finale. Jetzt kommt das Finale nämlich. Hier. Jetzt legt Sie nochmal hier richtig los. Gucken Sie. Ist das genial. Also ich habe so was noch nie gesehen. Hier. Wie das loszackert dann und schnackelt. Und das ist eine Mütze. Da werden Sie von allen drauf angesprochen. Die will jeder haben. Da werden alle sagen, boah, wie hast du das toll denn hier? Wie genial ist das denn? Ja, das ist einfach ein riesen Highlight. Hier mal meine Nummer allein. Ja, weil die, die, die tanzt auf ihrem Kopf, ja, und legt so richtig los. Können Sie übrigens in der Größe einstellen. Ist kein Problem. Und dann tanzt die von alleine. Und Sie können mittanzen, wenn Sie möchten. Können aber natürlich auch, wenn Sie möchten, dann ganz ruhig bleiben und ganz seriös sein. Und dann machen Sie das mal richtig viel Spaß. Supergenial, oder? Die muss man einfach haben für 9,41 Euro. Deshalb gleich zugreifen. Da kommt Weihnachtsstimmung auf, oder? Ja, da kommt richtig Weihnachtsstimmung auf. Liebe Zuschauer, bestellt die gleich mehr. Die MC 81 und die 569. Und dann geht's ordentlich ab auf dem Köpfen hier beim Weihnachtsfest. Das kann man übrigens auch toll natürlich zum Weihnachtsmarkt anziehen. Und dann mal ordentlich feiern und Spaß haben. Und Kathi, ich würde sagen, wir tanzen jetzt noch ein bisschen Robotik. Gehen gleich in die Leitung und bestellen ihre singenden, tanzen und erleuchtenden Weihnachtssitzen.